Wunderschön. Es ist Zeit zum Picknick. Ich liebe Picknick. Es gibt für mich nichts besser als ein Jausserl auszusetzen, Picknicken. Und diesmal nehmen wir zum Picknick was Besonderes in die Weite schweifen nach Südafrika. Hier haben wir einen Wein, den ich besonders liebe. Den habe ich gemacht. Das sind 50% bei Diverdo. Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot und ein Cabernet Franc. Und der Wein passt super schön zu einem schönen Picknick. Kann durch ein bisschen gekühlt getrunken werden. Ist sehr weich von den Tanninen her und sehr ausgewogen. Also habt viel Spaß mit Wein des Monats und des Monats Mai. Viel Spaß, euer Leo Hidinger. Ich hoffe, ich habe noch apostles, ich bin Christoph und drei Status, ich bin die Menschen in meinem Gud über 20 bis 400 Nr. Aiekendeten. Ich habe mich noch eine